Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um ein Verteilergetriebe. Dafür haben wir hier einen Kunden aus der Schweiz, der hat sich den weiten Weg auf sich genommen, um zu uns zu kommen und eine vernünftige Wartung zu bekommen. Verteilergetriebe ist ein sehr großes Problem. Die Fahrzeuge mit Allrad haben natürlich ein Verteilergetriebe. Im Grunde genommen haben sie vier Getriebe. Sie haben ein Automatikgetriebe, das sehen wir hier vorne. Dann haben wir hier ein Verteilergetriebe, dann haben sie dort ein Differenzial hinten und die haben ein Differenzial vorne. Alle diese Getriebe sollten bei 80.000 gewartet werden. BMW sagt, es ist alles eine lebenslange Füllung. Was sie aber nicht sagen, ist, was ist lebenslang. Natürlich ist für BMW 100.000 oder 80.000, da ist das Leben eines Fahrzeugs vorbei. Deswegen bringt auch BMW alle drei Jahre ein neues Modell raus, beziehungsweise ein Facelift-Modell oder ein neues Modell, weil der Lebenszyklus ist sozusagen durch. Aber der Hersteller von dem Getriebe sagt was anderes. Die sagen, 80.000 muss das Getriebe gespült werden, denn bei einem Ölwechsel kriegt man den ganzen Dreck nicht raus. Beim Verteilergetriebe ein sehr interessantes Prinzip. Das ist das Verteilergetriebe. Das Auto hat 80.000 gelaufen und man sieht, dass jemand schon an dem Verteilergetriebe dran war. Das heißt, das Verteilergetriebe ist nicht mehr original. Das wurde schon mal überholt. Woran sieht man das? An diesen ganzen Dichtungen. Das ist keine maschinelle Abdichtung. Das ist schon sozusagen nachträglich nochmal abgedichtet. Jemand war dran gewesen, irgendwas war mit dem Getriebe nicht in Ordnung. Wie kann das denn sein, dass so ein Fahrzeug mit 80.000, fünf Jahre alt, irgendwie schon was gewesen ist? Es ist einfach so. Früher war das so, dass ein Verteilergetriebe hatte eine Ablassschraube und eine Befüllschraube. Jetzt hat BMW etwas ganz Schlaues gemacht. Und zwar, die haben nur noch eine Ablass- und Befüllschraube. Komm mal von der Seite, dann kannst du das, also von da, dann kann man das so ein bisschen sehen. Einmal von hier gucken. Genau. Hier könnt ihr das zum Beispiel sehen. Wir haben hier eine Ablass- und Befüllschraube. Warum ist das das Problem? Das Problem ist dadurch, wir können das Öl nur absaugen. Das heißt, wenn wir absaugen, haben wir trotzdem den ganzen Dreck, sammelt sich halt hier vorne. Hier ist der ganze Dreck. Hier kriegen wir das nicht abgesaugt. Das heißt, wenn wir sogar das Öl abgesaugt haben, bleiben die ganzen Späne im Getriebe und der ganze Dreck. Denn wir haben keine Magneten im Verteilergetriebe. Das ist halt die große Problematik. Das heißt, dadurch, dass wir natürlich immer Metallspäne haben und Abrieb, haben wir natürlich sozusagen mehr Verschleiß und das Verteilergetriebe hält kürzer. Was haben wir denn überhaupt für den Abrieb? Ein Verteilergetriebe der modernen Fahrzeuge funktioniert über Lamellen. So sehen die Lamellen aus. Das heißt, die Lamellen, die werden über eine Steuereinheit zusammengedrückt und so überträgt sich die Kraft. So funktioniert das im Grunde genommen. Das heißt, wir haben aber keinen Filter im Verteilergetriebe. Wir haben auch keine Magneten. Das heißt, der ganze Dreck schwimmt die ganze Zeit im Öl. Und dadurch haben wir natürlich eine höhere Reibung und mehr Verschleiß. Deswegen sollte man so ein Verteilergetriebe eigentlich sogar noch häufiger spülen bzw. das Öl wechseln als beim Automatikgetriebe. Wie macht man das, wenn man nur eine Schraube hat zum Befüllen und Absaugen? Die beste Option ist, wenn man einmal befüllt, laufen lässt, absaugt. Nochmal befüllt, absaugt. Und das mehrmals, bis wir wirklich sauberes Öl haben. Wenn wir das gemacht haben, sollte man mit dem BMW-Tester hingehen und dem Verteilergetriebe sagen, dass er sich neu adaptiert. Warum ist das wichtig zu adaptieren? Ihr müsst euch so vorstellen, wir haben Lamellen. Von denen haben wir ungefähr 30 Stück. Die Lamellen, die haben von Anfang an eine bestimmte Dicke. Die Dicke nimmt über die Jahre ab. Und wir haben einen Stellenmotor, der sorgt dafür, dass die Lamellen zusammengedrückt werden. Der Stellenmotor ist ja dumm. Das heißt, er denkt, er weiß ja nur die Werte von Anfang an. Das heißt, er ist von Anfang an einmal angefahren, aha, okay, so dick sind meine Lamellen. Aber das adaptiert sich ja nicht über Jahre. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, das Auto hat 100.000 zum Beispiel, ist die Dicke der Lamellen natürlich dünner geworden. Das heißt, ein Stift müsste normalerweise deutlich weiter rausfahren, damit er halt entsprechend dem Verschleiß die Lamellen genauso zusammendrückt, wie auch vorher. Wenn ihr das nicht macht, dann drückt ihr die zusammen, aber die schleifen aneinander. Daher sollte man nach einer Verteilergetriebespülung auch eine Adaption machen, dass sich der Stift nochmal adaptieren sollte und das entsprechend halt auch länger hält. Wir hatten auch ein Video gemacht, wo wir das Verteilergetriebe erholt haben. Könnt ihr euch gerne mal nacheinschauen. Bei einem Vierer BMW, da wird man wirklich sehen, wie so ein Verteilergetriebe aufgebaut ist und vor allem, wo sich der ganze Dreck halt ablagert. Porsche hat das sehr genial gemacht. Die haben eine Ablassschraube gemacht mit Magneten. Das heißt, zumindest diese metallischen Partikel sammeln sich bei den Magneten und dadurch zumindest haben wir kein Metall mehr im Verteilergetriebe. Der ganze Dreck von der Mellenschwimmen natürlich trotzdem durch die Gegend. BMW hat gar nichts. Die haben weder einen Magneten an der Beförderablassschraube, noch haben sie jetzt einen Sensor. Die haben nichts. Im Endeffekt, deswegen gehen auch die Verteilergetriebe sehr, sehr oft kaputt. Ein Verteilergetriebe, das ihr ungefähr wisst, kostet ca. 6.500 Euro. So eine Überholung von so einem Getriebe kostet ungefähr um die 3.000 Euro. Das heißt, das muss alles nicht sein, wenn man regelmäßig eine Wartung macht. Das heißt, spätestens alle 80.000 Euro immer eine Spülung. Nicht einfach einen Ölwechsel, einmal kurz abgesaugt, den ganzen Dreck drinnen gelassen, sondern tatsächlich mehrmals, dass der ganze Dreck auch raus ist. Ja, ich denke mal, mehr gibt es zu der Thematik, nichts zu sagen. Wir haben viele Zuschauer aus Österreich, auch aus Schweiz, aus Süddeutschland. Wenn ihr euch für sowas entscheidet, macht das auf jeden Fall. Aber guckt, dass man auch verwendet Originalteile und das auch ordentlich macht. BMW hat das sehr schlau gemacht. Früher gab es zum Beispiel die Öle im 1-Liter-Behälter und die waren relativ günstig. Jetzt gibt es sie nur noch im halben Liter-Behälter und die Preise sind jetzt doppelt so viel. Und um das 50 Euro zu spülen, braucht man natürlich relativ viel Öl. Deswegen ist auch so eine Spülung vom Verteidigergetriebe auch eine relativ kostspielige Sache. Wenn man das mit Originalteilen haben möchte, würde ich auch in jedem Fall empfehlen und halt wirklich den ganzen Scheiß rauskriegen will. Ja, mehr gibt es eigentlich zu der Thematik, nichts zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.